ja hallo liebe abonnenten ja ihr seht ihr schon hier steht ein paket und zwar habe ich mir ja was bestellt bzw ich habe wieder was zum vorstellen für euch natürlich vom mtg-discount natürlich an dieser stelle auch wieder vielen dank dass das alles so schnell geklappt hat ich werde das ganze jetzt mal mit euch aufmachen und euch zeigen einfach was ich bestellt habe haben wir noch mal zwei pakete innen drin so da haben wir es doch schon und zwar haben wir in den paketen die holiday gift box jeweils viermal ich habe den nämlich ein paar mal bestellt weil ein paar leute mit denen ich spielen wollen natürlich auch noch habe ich gesagt ja klar zu dem preis schlag mir dann gleich ein paar mal zu ja also holiday gift box ich erwähne es noch mal kurz jetzt natürlich noch mit dem video noch mal erwähnen wir haben hier so eine super wunderschöne box passen 2000 karten rein wir haben sechs karten trenner wir haben so ein sticker sheet papier wo man dann auf die karten drauf kleben kann dass man ja wenn man seine karten sortieren will hier rein sortieren will also echt eine richtig gute box richtig stabil dann haben wir vier ferros booster packs wir haben ein päckchen mit ländern mit 20 ländern und wir haben zusätzlich noch eine foil karte in alternativen artwork ja also das beinhaltet so ein paar karten karten meine holiday gift box richtig richtig guter artikel ich hoffe natürlich ja vielleicht wollt ihr euch das ja auch kaufen wer weiß ich kann euch die holiday gift box nur empfehlen und ich stelle es euch natürlich noch mal separat in einem video vor und würde sagen dann sehen wir uns in meinem nächsten video zu dem holiday gift box video und bis dahin ciao bis dahin